Herzlich willkommen zum Neumondhoroskop des Monats März und der Neumond findet im Zeichen Fische statt. Naja, das könnte ja in einer idealen Welt ein sehr verträumter und wunderbarer und blumiger Neumond werden, aber dieses Neumondhoroskop hat einige Überraschungen bereit, also bleiben mal dran. Grundsätzlich kann man sagen, was ist denn das Fische-Prinzip? Fische-Prinzip ist ja das Jenseits vom Konkreten, vom Realistischen. Das heißt, das ist etwas Jenseits vom Außen, vom Profanen, das ist das Reich der Träume, der Visionen, der Sehnsüchte, einfach so ein bisschen der, ja, eigentlich Träumereien kann man sagen. Und da sollte sich ja der Mond als Repräsentant unseres emotionalen Horizonts sehr recht wohlfühlen, im Träumen, in der Weite. Also Neptun ist ja der Herrscher vom Fische-Zeichen und der steht ja auch in seinem eigenen Zeichen, gerade der Neptun. Also alles in allem eine sehr träumerische Qualität. Ja, nur gibt es ein bisschen Trouble in Paradise, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, denn so ganz unbelastet ist leider diese Konstellation nicht. Fangen wir vielleicht einmal ein bisschen an, dass wir das Fische-Zeichen im Positiven wie im Negativen verstehen. Im Positiven wäre das absolut so diese Hinwendung zum Geistigen, zum Spirituellen, auch zur eigenen Führung, zur eigenen Intuition, zur eigenen inneren Stimme, die sagt, hey, es ist schon gut, egal wie verrückt es da draußen wird, es passt. Du bist in guten Händen, du bist geboren, es kann dir nichts passieren. Das wäre eigentlich so dieser Sinn, dieses Urvertrauen in das, was wir nicht wissenschaftlich, rationell bemessen können. Das wäre eben so dieser erlöste Teil, auch das Träumen, sich inspirieren lassen, das sind alles positive Aspekte dieses Zeichens. Auf der Schattenseite bietet natürlich dieses Fische, dieser Fische-Archetypus auch das Einbilden, die unbewussten Ängste und ein bisschen die Lüge und das Verstecken auch rein. Durch dieses fern vom konkreten, vom messbaren Sein, kann man da natürlich auch leicht ein bisschen so sich täuschen, verwirrt werden und es ist natürlich auch ein Zeichen, dass so ein bisschen so die Lebensenergie so dämpft. Man kann sich das so vorstellen, das ist so ein bisschen so eine Aufweichung von allem. Da würde auch jetzt etwas einfallen wie Drogen, also alle Rauschzustände, alles was jetzt jenseits vom Konkreten ist, das fällt auch in dieses Fischezeichen rein. Schauen wir einfach mal in dieses Horoskop mit rein. Wo habe ich es? Hier habe ich es. Wunderbar. Also wir sehen jetzt da im Fischezeichen, wir haben Sonne und Mond natürlich als Neumond in der Konjunktion und was haben wir da jetzt noch was mitmischt? Du siehst vielleicht so diesen lila Vierer da dabei oder rosaroten Vierer, das ist der Jupiter. Und auch der Jupiter ist in Konjunktion mit Mond und Sonne. Ja, was ist jetzt der Jupiter? Der Jupiter gilt ja eigentlich als ein Glücksplanet. Also Jupiter macht immer weiter und macht auf. Das ist so dieses die weiten Reisen, ja auch so dieser Optimismus, die gute Fügung und die steht jetzt da mit dabei. Und wie könnte man das jetzt interpretieren? Ich sage mal, es geht darum, dass man auch schauen sollte, ins Innere zu gehen, in die innere spirituelle Richtung zu gehen und dort auch gute Zusammenhänge, eine gute Fügung zu erfahren. Denn im Außen schaut es nicht ganz so prickelnd und so sexy aus momentan, aber da komme ich gleich noch dazu. Also Jupiter plus Mond plus Sonne ist natürlich die Übertreibung ein bisschen. Ist so, dass es größer werden, da kann man sich auch ein bisschen schwer tun, wenn man jetzt wirklich so Fische, eine Fische Sonne hat mit dem Abnehmen natürlich auch. Das ist immer so, dass mehr werden auch. Also Jupiter will immer weiter, schneller, höher. Also so quasi genug ist nie genug. Ja, in diesem Optimismus, in diesem Überschrank. Gilt aber durchaus als ein positiver Planet. Das heißt auch, da finden wir auch einen gewissen Frieden, eine gewisse Sinnhaftigkeit. Ist ja auch die Sinnsuche. Ist eine Sinnhaftigkeit im Spirituellen, im Inneren, im Geistigen. Das heißt, das, was in dir ist, das, was in dir weh ist, da solltest du Frieden finden, da hast du gute Möglichkeiten zu meditieren, da neue Ansätze zu finden, neue Inspirationen zu finden. Also das sagt auf jeden Fall der Jupiter mit aus und das ist ja doch schon mal ganz positiv. Was wir jetzt noch drauf haben auf dieser ganzen Geschichte und da wird es jetzt dann schon wieder spannend. Wir haben ein Halbquadrat, bitte schön, von Mars zu Jupiter. Und was bedeutet das? Mars-Jupiter, das ist natürlich Mars, die Energie, die Kraft, der Kampf. Und da wird der Jupiter, der große Übertreiber, noch einmal gepusht. Das heißt, das ist so diese Grenzen noch einmal ausweiten. Und wenn wir jetzt so ins tagespolitische Geschehen gehen, ja, da kann man ja durchaus auch sagen, dass da ganz konkret Grenzen ausgeweitet werden und vielleicht erweitert werden. Also da haben wir so Jupiter, Mars. Das kann eben auch eine Übertreibung sein, ja, auch ein bisschen zu viel des Guten. Und wir haben noch dazu eine Konstellation. Der Pluto macht auch ein Halbquadrat zu diesem Jupiter und Pluto-Jupiter ist so eine klassische so Guru-Konstellation. Guru heißt halt einfach so dieser, da ist ein Führer, da ist ein Verführer, vielleicht auch ein spiritueller Führer, dem man vielleicht nicht ganz so trauen kann. Das heißt, im Außen bitte sich nicht verführen lassen von jemandem, der sagt, ich weiß das spirituelle Ziel oder jemand, der dich führen will in das Geistige, sondern bleib bitte bei dir. So würde ich das mal deuten. Und ja, das wären so diese Konstellationen, die auf den Jupiter hinweisen und die dann auch ein bisschen mit belasten. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Thema. Du siehst eben dieses Paket Mond-Sonne-Jupiter da im Fischezeichen. Was jetzt noch zum Jupiter dazukommt, was die Übertreibung noch einmal erhöht, ist eigentlich ein Sextil. Zum Uranus. Uranus ist ja im Stierzeichen, ist ja im Volk, im Stier, in der Materie, da ist ja wieder diese Verwandlung. Und Uranus-Jupiter, das ist auch dann oft einmal so, ich würde fast sagen, ein bisschen zu erhöhter Optimismus. Also da ist irgendwas so, da wird auch etwas übertrieben einfach. Und ist auch zu viel des Guten. Auf der anderen Seite kann man eben, wie gesagt, neue Visionen finden, ins Innere gehen. Aber im Außen würde ich der ganzen Geschichte momentan mich nicht zu sehr darauf verlassen. Das ist mir ein bisschen zu aufgeladen momentan, so astrologisch, dass ich sagen kann, alles, was ich jetzt von außen so höre, ist echt, ist wahr. Ja, ich muss mich nach allem, was von außen kommt, mich richten. Also da würde ich eher den Weg nach innen suchen, darüber meditieren, in die Mitte kommen und mal schauen, was macht Sinn für mich, was macht keinen Sinn für mich. Ja, also so würde ich das mal interpretieren. Dann haben wir das nächste große Paket. Und das ist jetzt ein bisschen so, ja, das astrologische Sorgenkind, auf das ich immer wieder zu sprechen komme. Das ist natürlich der Pluto im Steinbock. Ich habe immer schon gesagt, ja, die Schändung des Rechtssystems, die Transformation des Rechtssystems. Ja, und dieser Pluto hat zwei Konjunktionen mit zwei Planeten. Und zwar haben wir den Mars und die Venus auf dem Pluto sitzen. Ich zeige es dir hier nochmal. Also hier im Zeichen Steinbock, Pluto mit Mars und Venus in der Konjunktion. So, für die Romantischen unter euch, für die Romantikbegabten ist das natürlich, kann man, ich nenne es jetzt mal nett, das kann natürlich eine erotische Bindung sein, eine Beziehung sein, wo man sagt, da wird etwas fix. Haben ja vielleicht auch viele geheiratet, weil ja gerade ein gutes Datum war, mit dem 22.02.2022. Ja, und das ist natürlich so auch, das kann auch sein, dass man da einen Flirt hat, wenn kennenlernt, eine intensive, so ein bisschen so knisternde, erotische, wenn erotischen auch kennenlernt, das wäre mal so eine Möglichkeit dazu. Das andere wäre, dass man sagt, ich kehre jetzt mal das Positive raus, von dieser Konstellation her, wenn man fleißig ist, wenn man sich bemüht und wenn man eine Kraft reinlegt, kann man sehr weit kommen mit seiner Arbeit. Das würde es auch heißen. Also es kann heißen, hart arbeiten, aber auch gute Ziele dann und gute Erfolge. Letzten Endes durch diese harte Arbeit, diese Früchte ernten, die wohlverdienten Früchte. Was es jetzt im Schatten hat, ist natürlich Mars-Pluto, ist im negativsten Fall die Gewalt, ist die Eskalation der Gewalt, mit der Venus drinnen dann auch dazu noch, wo Volk betroffen ist oder wo der Körper auch betroffen ist, Eskalation der Gewalt, wo auch der Wohlstand mit betroffen sein kann. Und das ist jetzt natürlich dieses Thema, wir hören sie in den Nachrichten, diese ganzen Konflikte, Ukraine-Konflikt, das wäre eine Konstellation, die einfach das ganz deutlich macht. Also diese Gewalteskalation, die das noch einmal unterstreicht. Und das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo man aufpassen sollte, sich nicht zu sehr auch in die Aggression begeben sollte. Ob das jetzt nach innen oder nach außen ist, bitte einfach aufpassen. Bei zu viel Gewalt, bei zu viel Wut, wenn Frustration kommt. Wenn man das Gefühl hat, ich weiß genau, wer der oder die Schuldige ist und dann wird man wütend. Also da bitte, bleib bei dir, das ist eben so dieser Gegenpol, der uns ja da gezeigt wird durch Jupiter, Sonne und Mond halt im Fischezeichen, wo es darum geht. Bleib bitte bei dir, bleib in deiner Mitte und lass dich nicht zu sehr in diese Aggression, in diese Gewalt reintreiben und auch nicht zu vorschnell urteilen, was ist gut, was ist schlecht. Also da würde ich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein in dieser Zeit unter diesen Sternen. Was jetzt noch dazu kommt bei dieser Pluto, ist überhaupt ein sehr umtriebiger Pluto dieses Monats, denn er hat eben nicht nur die Konjunktion Mars-Venus, sondern er hat auch ein Halbquadrat zu Sonne und zu Mond. Und da kann es durchaus eben zum Aufflammen von Ängsten kommen, von Unsicherheiten kommen. Man kann sich bedrückt fühlen, ohnmächtig fühlen, beklommen fühlen. Und da bitte ist wieder das Ziel, richte dich aus auf eine spirituelle, auf eine innere Vision, auf dein inneres Licht und lass dich und verzweifle nicht. Ich weiß, da ist ein hoher Druck da, da ist ein ganz hoher Leidensdruck auch da, dass man eben sehr leicht verzweifeln kann in dieser Zeit, aber lass dich da nicht runterkriegen, das wird wieder. Was jetzt eben nochmal auch ein bisschen diese harte Arbeit, was ich vorher erwähnt habe, ein bisschen unterstützt, wir schauen nochmal rein in den Radix, ist da diese Konjunktion Merkur und Saturn. Saturn ist ja im Wassermann und da fühlt er sich ja nicht unbedingt wohl. Also Saturn ist ja eigentlich jemand, der klare Grenzen möchte und ist eigentlich jetzt in einem sehr labilen, in einem sehr Luftzeichen, also das Erdzeichen, das in der Luft gewirbelt wird, genauso wie eben der Uranus als Vertreter des Archetypus Wassermann da im Stier herumgeistert. Und Merkur und Saturn, da kann man auch wieder sagen, durch klare Versuche möglichst klar zu denken und was klar zu denken, deine Vision auch klar zu denken. Und noch einmal, sei fleißig. Sei fleißig für dich. Verlass dich nicht auf irgendjemanden, sondern sei für dich fleißig. Sei für dich klar, klar in Gedanken, klar in deinen Handlungen, klar in deinem Tun und dann wirst du neue Horizonte erreichen. Dann kommst du auch aus dieser Schwebe, aus dieser Angst raus. Also die Klarheit löst ein bisschen so diesen Angstdruck ab, der durch Blut und Mond halt einfach da reinkommen kann. Naja, und ich habe den Uranus ja im Stier schon mal erwähnt und dieser Uranus macht jetzt noch ein wunderbares Sextil rauf, also runter rauf, je nachdem wie man es sieht, zu Sonne und Mond. Naja, und Sonne, Uranus ist auch die Explosion, ist natürlich auch das sich schnell Ändernde, ist so ein bisschen das Auf und Ab der Gefühle, genauso mit dem Mond zusammen, das Auf und Ab der Lebensenergie. Also es wird ein durchaus turbulenter März werden, den du gut überstehen kannst, wenn du klar bei dir bleibst, klar deine eigene Vision halten kannst. Es gibt da ganz viele Videos hier am Kanal auch, wo du eben lernst, bei dir zu bleiben. Auch eine Wurzelschakra-Meditation, solche Sachen sind da gut und du wirst sehen, da kommen wir gut durch, da kommst auch du gut durch. Bitte nicht verzweifeln. Wichtig ist einfach, lass dir keine Angst machen. Ich weiß, es ist sehr eng. Alles, was von außen kommt, ist beklemmend, ist einengend, ist eigentlich lebensfeindlich auf jeder Ebene. Und der Ausweg ist momentan wirklich so diese Verbindung, diese spirituelle Vision, die du in dir entwickeln kannst und in dir einfach aufkeimen lassen kannst. Und dazu lade ich dich ein. Ob du das hier am Kanal machst über eine Meditation, ob du vielleicht mal eine astrologische Beratung bei mir in Anspruch nimmst, ob du mal einen Kurs machst bei mir. Ich werde da eben jetzt extra für diese Zeiten auch Kurse vorbereiten, die man bei mir in Linz danach machen kann. Ja, wie auch immer du damit umgehst, ich wünsche dir eine gute Zeit und wichtig ist immer, lass sie fließen. Das alles ist in Bewegung. Das ist jetzt kein Endpunkt. Das ist alles in Bewegung und alles ist in der Veränderung permanent. Es gibt nichts, das ewig und fix hier bleibt. Weder Freude noch Leid. Ich wünsche dir alles Gute, ein gutes Monat. Dein Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Lenz. Lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, alles Gute. Lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, würde mich sehr freuen.